Hm. Was hab ich dir getan, dass du mich so respektlos behandelst? Ich kann mich nicht erinnern, wann du mich zum letzten Mal in dein Haus eingeladen hast zu einer Tasse Kaffee. Dabei ist meine Frau die Partin deines einzigsten Bruders. Und heute kommst du zu mir und bittest mich, den zu bestrafen, der mit diesem billigen Flittchen durchgebrannt ist, den du seit Jahren erfolglos hinterher läufst. Du bist eine Schande für die Familie. Aber um deines Bruders Willen werde ich dir diese Gefälligkeit erweisen. Oh yeah! Und bedenke stets. Eines Tages, möglicherweise jedoch nie, werde ich dich ebenfalls um eine kleine Gefälligkeit bitten. Let's go! Oh no! Oh no!